q&a kein horror heute ich habe ja vor drei oder vier monaten habe ich mal gefragt wie einige fragen haben wollte ich mal beantworten kann denn die meisten meiner q&a sind mittlerweile echt echt alt ich glaube das up-to-datigste um ein bisschen was über mich der person hinter den genialen videos herauszufinden ist wahrscheinlich diese betest spielreihe wo jedes video so ein zwei drei stunden und ich einfach fragen beantwortet habe für so ein das spiel war peinlich und trash aber das interessante daran war dass das spiel die einfach massenhaft fragen gestellt über die man nachdenken muss und irgendwie beantworten musste das habe ich dann halt so indirekt als q&a benutzt also wenn der sieben stunden lang oder acht stunden lang irgendwie irgendwas im hintergrund hören wollt wo ich einfach nur über sachen rede guckt vielleicht mal in die betest playlist rein auf meinem channel dann könnt ihr das im hintergrund gucken aber jetzt beantworten einfach fragen die ihr mir direkt gestellt habe deswegen die let's go und ich weiß nicht womit ich gerechnet habe die top frage war natürlich wie seit fünf jahren unter jedem video hey was ist mit verstörend machst du noch mal sowas wie verstörend oder so und ein komment speziell der geht ein bisschen drauf ein was ich meinte verstörung war so unglaublich gutes format damit grubb sich von der content qualität her in die absolute oberliga der horror youtuber katapultiert i disagree ich muss persönlich sagen ich finde die meisten verstören folgen mittlerweile richtig 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 schlechten content das ist so das ist genau das wovon ich eigentlich immer weg wollte vor allem diese super basic klischee mainstream horror top 10 youtube clickbait scheiße die ich halt eigentlich super schrecklich finde ich weiß einige folgen verstören finde ich mittlerweile noch ganz cool weil ich die ein bisschen anders produziert habe zum beispiel die folge über post content hieß der channel wo ich das ein bisschen analysiert habe ein bisschen erklärt habe das habe ich also ein bisschen da habe ich so ein bisschen atmosphärischer ist aufgebaut mit ein paar interessanten cuts und mit den übergängen und sowas habe ich erklärt wie was was bedeuten können so das finde ich noch ein bisschen okay aber so die meisten folgen sind halt wirklich so ein mist ich habe da einfach nur irgendwie keine ahnung eine folge über clowns bilder dann habe ich clowns bilder gegoogelt habe irgendwie so die 20 gruseligsten die ich finden konnte genommen und habe dann bei jedem gesagt ja das ist nicht gruselig doch das ist gruselig i don't know ich finde ja ich glaube da ist viel lust was ergeben den leuten dabei dass sie das wirklich sehr sehr mögen und bestimmt kamen einige folgen damals auch waren auch nicht so so schlecht aber das meiste ist echt ziemlich mieser content eigentlich nicht mehr machen will was ich aber schon ehrlich sage ist ja ich will vielleicht irgendwas anderes halbwegs gescriptetes machen ich habe das ja mal vor ewigkeiten so ein bisschen ausprobiert mit der lsd dream emulator folge da wo ich es halt so ein bisschen doku mäßig gemacht habe da bin ich aus heutiger perspektive über nicht richtig zufrieden mit weil ich finde eigentlich kann man das viel 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 besser machen aber irgendwie komme ich dann hier dazu ich bin mir auch nicht sicher ob ich das wirklich machen will ob ich halt wirklich auf der schiene bleiben will die ich halt jetzt habe wo ich halt einfach auf ruhige art einfach horrorspiele live analysieren so ist aber die sache ist halt bei persönlich gucke ich ja super super gerne so lange analysen oder kritiken oder also essays wo halt jemand einfach drei vier stunden lang quasi ein doku über ein spiel macht und sehr viel darüber erzählt das habe ich ja so ein bisschen gemacht im lsd ding eigentlich will ich sowas gern mal machen aber es ist erstens natürlich super viel arbeit du musst ein script schreiben und alles und auf der anderen seite ich finde es super unangenehm skripte vorzulesen ich weiß nicht ich kann man ich fühle mich unwohl dabei wenn ich es nicht einfach frei erzähle sondern irgendwas vorgeschrieben habe das kommt mir immer so ein bisschen unecht vor das ist ein gewohnheitssache natürlich das so wie streamer wenn sie acht jahre lang nur streams machen dann video aufnehmen fühlen sich wahrscheinlich auch ein bisschen awkward weil es einfach nicht im eigenen bereich der in dem man sich gewöhnt hat aber ich fühle mich immer mehr in die richtung dass vielleicht doch mal irgendwas in der richtung mache wo ich ein langes video nicht lang ist aber ein lang gescriptetes video über irgendein format irgendeine idee oder sowas mache ich habe lange über ein thema reden ist vielleicht ein bisschen mehr ausarbeitet als einfach nur live meine gedanken dazu zu sagen ich glaube das würde ich machen wenn ich irgendwann mal wieder so drei vier monate im stück hochlade und ein bisschen mehr im flow bin und nicht so direkt ein paar wochen nachdem ich eine pause gemacht habe oder so generell irgendwann schon was aber so wie die alten verstörenden folgen will ich eigentlich nicht mehr machen weil das nicht mittlerweile echt keinen wirklich guten content was brauchen horrorspiel bei dir nach tausend spielen noch mal um so richtige angst und extremes unwohlsein auszulösen bei mir waren es glaube ich die name is lila who is lila szene mit der darauf folgenden tötung oder you cannot sleep when somebody is in your room was mothered schwierig so richtige angst oder unwohlsein ist mittlerweile eigentlich ziemlich selten wenn ich glaube ich nicht wollen würde die sache ist ja ich liebe die kunstformen dadurch will ich halt dass das ist diesen effekt das heißt ich nicht reinsteigern aber ich lasse mich halt so sehr wie möglich darauf ein aber dann ist trotzdem meistens man richtige begeisterung dafür weil ich irgendwie die art wie das spiel versucht mir angst zu machen auf extrem smart finde und mit das dann halt ein bisschen gänsehaut gibt das ist so wie wir keine ahnung in einem normalen film oder sowas ein dialog oder ein schnitt oder moment so krass gut gemacht ist kann kann mir auch dadurch irgendwie gänsehaut kommen oder mir mit treten die augen kommen oder sowas dass ich richtig begeistert von was bin im horror kontext kommt natürlich trotzdem ein bisschen angst dazu wenn man trotzdem immer noch im horrorspiel ist aber ich meine effektiv weiß man natürlich man spielt nur ein scheiß spiel also was soll denn da passieren angst ist eigentlich in dem sinne nicht mehr wirklich möglich außer es ist extrem stressig oder sowas trap zum beispiel hat das ganz gut gemacht oder from the darkness spiele wo es halt nicht mehr wirklich wie ein spiel wirkt sondern einfach nur wie eine wie so ein stress simulator und einfach extrem unangenehmen situationen ein nach der anderen erschaffen will und angst ist dann aber eher die angst vor dem guten scare also hat angst erschrocken zu werden aber so richtig angst schwierig ich glaube es mir eine begeisterung dafür dass das spiel unangenehme gedanken oder oder unangenehme atmosphären auslösen kann sich dann darüber richtig richtig freuen in dem moment kann ich dann schon ein bisschen angst haben was mehr sondern so eine freudige freudige erwartung was das spiel noch für eine geile idee haben kann die passieren kann es ist schwer zu sagen es ist schwer zu sagen es kann aber eigentlich jede art von spiel noch diesen effekt auslösen aber es halt nur so weil ich es auch wirklich will weil ich genieße dieses gefühl zu haben ich meine wirklich einmal richtig angst hatte ich doch vor kurzem bei marie spiel silent mementos wo das spiel irgendwie eine ganz ganz komische phobie von mir getrackert hat die ich noch nie vorher erlebt habe guckt das video am besten aber im spiel ging es im endeffekt darum dass man halt einem charakter im charakter spielt der eine leinwand anschaut und man spielt den charakter auf der leinwand und durch diesen ganz ganz komischen perspektivwechsel wo man halt auf dem bildschirm guckt und im bildschirm ein weiterer bildschirm ist wo man dann den bewegt aber der charakter im spiel sich hat nicht umdrehen konnte hat es eine extrem unangenehme angst mir ausgelöst wo ich permanent dachte dass irgendwas hinter mir seit dem echten leben und da hatte ich wirklich eine richtig primitive echte angst so wirklich eine angst angst dass ich von irgendwas verfolgt werde ich glaube da war einfach der reptilien teil meines gehirns der mir gesagt hat ein scheiß säbelzahntiger versucht hat von hinten in meine höhle zu kommen da war irgendwie so eine ganz ganz ehrliche echte angst die nix mit begeisterung so zu tun hatte sonst tatsächlich ich glaube die abgesehen von seit die shit und sowas aber das zähle ich jetzt nicht unter so einer angst habe ich eigentlich die einzige richtig echte angst lustigerweise oft in in albträumen ich habe ziemlich oft albträume psychischen schritten alles mögliche aber die albträume sind die träume die man hat sind ja meistens sehr davon inspiriert welche welche medien man konsumiert welche art von storytelling man gewöhnt ist und weil ich halt super viele spiele spiele und sowas sind oft meine albträume inspiriert von horrorspielen aber in den träumen kann man sie nicht versteht man ja den konzept von cool gemachter kunst nicht wenn ich in einem scheiß traum einfach jemand verfolgt hast du ja eine todesangst denkst du nicht cool wie interessant das gemacht ist während man das träumt da hier cooler scare bla 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 und in den träumen die ein bisschen gemacht sind wie spiele teilweise habe ich teilweise unfassbar schlimmer todesangst da mache ich manchmal auf und denke mir fuck ey ich will jetzt nicht nur mal direkt einschlafen muss erst mal ein zwei stunden irgendwie am handy chillen videos gucken oder sowas also das ist wahrscheinlich die angst die ich in spielen gerne haben würde habe ich dann den träumen aber den träumen kann man es halt irgendwie nicht nicht richtig reflektieren und genießen weil es einfach nur ein purer terror ist in den situationen fun fact mir ist aufgefallen falls ein paar leute von euch auch oft sehr sehr realistische unangenehme träume haben ein paar stunden bevor ihr schlafen geht dürft ihr nichts mehr essen mir ist aufgefallen ist ganz komisch aber ich glaube das hat etwas mit metabolismus zu tun dass wahrscheinlich das gehirn dann zu stark durchblutet wird oder irgendwas und dann die träume ein bisschen echter wirken weil man halt im schlaf sonst nicht viel anders macht aber mir ist aufgefallen wenn ich vorm schlafen esse sind meine träume viel viel intensiver und heftiger teilweise auch so ihr kennt das bestimmt ihr schlaft 20 minuten euer traum war innerhalb für 20 minuten gefühlt fünf stunden lang dann schlaft ihr wieder ein für 20 minuten werdet wieder wach dann wieder in fünf stunden traum oder sowas das habe ich meistens am schlimmsten wenn ich irgendwie noch was groß gegessen habe beim schlafen oder so weil ich irgendwie einen hunger hatte oder was auch immer aber ja gut lange antwort zu einer simplen frage willst du sagen dass dein persönliches interesse an horrorgames ein einfluss auf deine mental health situationen hat oder hatte zu mir meinte bei jemand an depressiven phase dass ich mich nicht in dem genre horror auseinandersetzen solle das würde es nur schlimmer machen ich persönlich habe zum beispiel american horror story als flucht aus der realität geschaut und halte die aussage für quatsch aber mich würde deine meinung interessiert und noch dazu eine sehr ähnliche frage du hast einsatz an depressionen spielst aber horrorspiele negative emotionen auslösen horrorgames müssen also irgendwas geben dass sie den umgang mit der depression erleichtern was denkst du sind diese dinge ist es die ablenkung oder dass man sich kontrolliert eine bedrohliche situation begibt und so lernen kann mit dieser besser umzugehen etwas ganz anderes beides sehr interessante fragen und das ist auch ein thema glaube ich schon einige mal in spielen gesprochen habe ich finde man weiß natürlich nicht wenn sowas angefangen hat aber ich habe ich weiß dass ich mein ganzes leben lang schon irgendeiner form horror interessant fand auch als kind so mit sieben oder acht oder sowas wollte ich immer mit meinem großvater geist spielen wir waren als dunkel geworden ist in den garten gegangen da hat er sich immer von mir verstecken wollte mich erschrecken wollte ich halt dass er das macht dann bin ich halt mit den taschen habe durch den garten gelaufen habe hinter jeder ecke gedacht auf gleich kommt er dann springt mich an und das richtig gruselig das gleiche ein anderes so habe ich ihn erschrocken wahrscheinlich war das schrecklich für ihn aber er hat immer welche sachen gespielt das war super und später habe ich dann gemerkt und kam 12 13 14 ist es schwer zu sagen es angefangen hat habe ich angefangen so richtig die normalen horrorspiele super interessant zu finden und auch mit 13 14 15 wird angefangen haben das gemerkt habe ich so ein bisschen zu düsteren gedanken tendiere aber nicht wirklich düster damals sondern mehr so melancholisch in dem alter kann man nicht genau einschätzen ja okay ich habe das und das jetzt mir geht es deswegen nicht gut und blablabla aber ich habe zumindest mitbekommen dass ich hätte irgendwie dazu tendiere er kunst und themen interessant zu finden die ein bisschen negativer sind warum das ist keine ahnung wahrscheinlich wird das in therapie rausbekommen können oder sowas warum halt eher eine bestimmte kunstrichtung interessant findet vielleicht ist es der der realismus der dinge ich finde ich mag sehr selten spiele kunst filme alles in der richtung die eine zu positive message haben ich fühle mich davon kann es holt mich einfach nicht ab ich habe das gefühl dass es nicht nicht ganz ehrlich ist und das ist es kann keinen emotionalen impact für mich haben ich meine klar es gibt natürlich viele super gute filme oder stories die er trotzdem sehr positiv sind die ich auch richtig cool finde aber meistens richtig angezogen fühle ich mich eher von sachen die eine sehr 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 düstere message haben oder sehr die hat sehr grounded sind der für irgendwas irgendwas melancholisches an sich haben die halt eher so die negative sparte gehen und mein ganzes leben lang habe ich natürlich schon geliebt spiele zu spielen in jeder richtung nicht nur haben sie haben spieler mittlerweile fast nur für einen channel privat spiel ich ja jedes genre alles wirklich alles von rpgs zu sport spiel jetzt nicht so viel von rpgs zu rts games zu schultern eigentlich wirklich jedes genre und ich liebe eigentlich alle da ist es einfach vor allem das abtauchen in der welt was ich halt enorm liebe womit ich mir einfach am meisten ablenken kann mir schon langem aufgefallen dass mir halt immer am besten geht wenn ich mich mental sehr sehr ablenken kann und ich sehr viel über irgendwas nachdenken muss damit ich halt nicht über sachen nachdenken nämlich einfach nur selbst kaputt machen also umso komplexer und umso schwieriger manchmal ein thema ist darüber nachzudenken umso interessanter finde ich es vielleicht dadurch einfach mehr abgelenkt bin aber schwieriger muss in dem dem fall nicht unbedingt bedeuten dass irgendetwas unangenehmes ist und einfach irgendwas wo es viel tiefe gibt und hat viel rein graben kann mental und das sind meistens gefühlt mehr die die düsteren oder melancholischen stories in spielen oder filmen positive sachen sind meist davon ja hab halt spaß mit dem gameplay und da passiert es bei mir recht schnell haben skyrim ist so ein beispiel skyrim macht mich zum beispiel super depressiv weil es ist einfach nur mein spiel skyrim hat mehr oder weniger einfach wie keine ahnung wie ein algorithmus erkundet für zwei minuten dann du musst bei nichts wirklich darüber nachdenken das writing ist nicht so stark der kund ist einfach kriegst blut jeder dungeon ist gleich lang sie gleich aus noch 20 minuten was genau das gleiche was doch eine nebenquest bla 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 und da fällt mir dann immer schnell auf dass ich halt irgendwie nach zwei drei stunden nicht mehr beim spiel oder so nachdenken muss sondern einfach in meinen normalen gedankenmuster wieder abtauchen dann geht es mir meistens eher wieder schlechter und um die erste frage direkt zu beantworten also mir persönlich mir macht horror absolut nichts aus für mich ist einfach was positiv für mich ist einfach nur eine kunstform wie jeder andere die hat einfach erkundet wie es funktionieren kann halt die menschen irgendeiner form negative gefühle in einem sicheren raum zu geben aber kunst ist in jeder form einfach nur der versuch hat irgendwelche emotionalen reaktionen bei der person auszulösen und darüber nachzudenken wie es das schafft und wie es das macht und bla 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 und der horrors hat einfach nur das ist halt in eine negative richtung geht aber ich finde der spaßige teil ist ja nicht unbedingt die angst sondern die analyse wie die kunst es schafft einem das gefühl zu vermitteln und da liegt eher der spaß drin wenn das spiel es schafft mir angst zu machen freue ich mich nicht weil ich angst habe und ich freue mich weil es das spiel so gut geschafft hat und wie es das geschafft hat daher kommt dann halt eher der spaß wenn niemand hat ja gerne einfach nur angst also keine ahnung vielleicht ich schon ich bin mit dabei dazu geworden und ich enjoy das aber das enjoyable ist ja eher dass man danach darüber nachdenken kann wie es das geschafft hat und warum das so cool ist und so und da ich halt generell die die stories und die ganze thematik und die atmosphäre in solchen spielen oft einfach für mich persönlich interessanter ist ist es halt dann noch cooler daran abzutauchen weil es dann einfach ideen und konzepte sind in die ich mich noch mehr vertiefen will als bei keine ahnung super mario oder sowas wo es dann sowieso nicht so viel darüber nachdenken gibt oh ihr wisst doch was ich meine wie gehst du mit dem um was in der welt abgeht entstehen dadurch zukunftsängste bei dir habe ich das war vor drei monaten deswegen gehe ich davon aus dass es hier um den krieg ging aber tatsächlich ich weiß nicht ob ich einfach mental mittlerweile ein bisschen abgeschrumpft bin aber zukunftsängste und sowas habe ich absolut gar nicht gar nicht ich habe auch keine angst vorm tod oder sowas ich denke mir einfach wird halt passieren wenn es passiert sich deswegen jetzt irgendwie stress oder angst zu machen bringt einfach nichts die sachen werden nicht anders um sich deswegen sorgen macht ich mache mir eher sachen sorgen um sachen wo ich halt direkt einen einfluss drauf nehmen kann wenn jetzt morgen scheiß komet auf die erde klatschen wäre es anders wenn ich jetzt jeden tag angst deswegen hätte nein was natürlich der schwachsinn ist weil ich dann gleichzeitig irgendwie panische angst habe irgendwie anrufen zu müssen oder sowas ich weiß es ist total lächerlich aber es hat eine irrationale angst bei solchen dingen die überhaupt nicht schlimm sind habe ich angst aber bei so sachen die halt irgendwie mein leben gefährden könnten die werden mir völlig egal ist es natürlich ergibt das kein sinn aber menschlicher verstand halt aber wie gesagt vor wirklich großen dingen dass irgendwas keine ahnung zerstört werden könnte ich sterben könnte sowas ist mir alles irgendwie ziemlich egal weil ich kann einfach keinen einfluss drauf nehmen was ist das für ein gefühl wenn leute kommentieren die schon jahrelang dabei sind gerade nach youtube pausen stelle ich mir dass wir nach hause kommen vor absolut absolut ich kenne mittlerweile bestimmt also ich könnte es natürlich nicht vom namen her aufziehen oder sowas aber vom vom sehen her es sind bestimmt 100 oder 200 leute wenn die kommentieren denke ich mir du bist ja immer noch dadurch seit jahren habe ich mir kommentare von dir gelesen oder sowas jetzt ich will jetzt nicht so viel aufziehen und ein paar ausgeschlossen aber hier ein beispiel blue shell oder sowas der typ mit dem blauen mario panze da habe ich mitbekommen dass er zum beispiel vor zwei drei jahren sowas hat er irgendwie 60 70 videos am stück von mir kommentiert und ich habe dann immer in meiner app hat gesehen so okay kann das mit dem video fertigen zwei stunden danach kommentiert der nächsten einträglich mehr okay cool aber ja als youtuber bekommen das natürlich mit zumindest wenn man so sehr in der sache drin ist wie ich das mal irgendwie dann wenn man aktiv ist quasi nur youtube machen nur die kommentare ließen alles ließen sowas dann natürlich bekommt man mit wenn die leuten immer wieder aus kommentieren auch hier in den kommentaren sehe ich ein paar leute die immer wieder irgendwo aus unter videos geschrieben haben manchmal merkt man auch dass leute in paar munden weg waren dann wieder da sind aber wie gesagt so 200 300 leute oder sowas würde ich wahrscheinlich vom namen wieder kennen wenn sie was schreiben aber aufzählen ist natürlich schwer weil man kann sich nicht so viele viele namen sowas merken aber man erkennt sie auf jeden fall wieder und das ist ein sehr schönes gefühl dass viele von euch so lange dabei sind immer wieder kommen das macht mich innerlich natürlich sehr glücklich und danke btw dass du auch für deinen community auf so viele kommentare antwortest fühlt man sich appreciatet mache ich sehr gerne ich lese super super gerne die kommentare weil es sind zum glück bei mir auch sehr viele coole der ist nicht so viel bullshit einfach nur nice video emoji emoji oder keine ahnung richtig lustiger joke xd sondern halt wirklich leute die einfach auf die auf die videos und die spiele vor allem auf die spiele eingehen mit dem man einfach wirklich drüber darüber reden kann so hey wie findest du die stelle hier das war gut gemacht und ja da hast du recht bla 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 oder irgendwelche theorien über die spiele und sowas und das macht halt wesentlich mehr spaß ist einfach nur gutes video du bist der beste weil das ist einfach ja das hat halt irgendwie dann ich meine natürlich freue ich mich auch über sowas was hat natürlich keinen keinen wirklichen mehr wert einfach nur gutes video zu lesen da will ich einfach lieber über das spiel selbst reden oder sowas das macht es natürlich für mich wesentlich interessanter und da kann man auch länger darauf antworten wirklich einen richtigen dialog führen das macht sehr viel spaß findest in den alten videos heutzutage cringe ich rede hauptsächlich von der legendären für nachtzeiten auch der zeit davor ich muss sagen dass man die jetzigen videos viel besser geben kann da im vergleich zu früher viel erwachsen und ehrlicher wirkst ja i agree 100 prozent ich finde alles vor ich weiß früher habe ich ja wie gesagt habe früher habe ich immer gesagt dass du die videos vor 2016 alle richtig schlimm sind danach geht es mittlerweile finde ich alles vor 2019 oder 2020 wirklich taff ich meine natürlich gibt es ab und zu ein paar videos die vielleicht ein bisschen ein bisschen besser gealtert sind vor allem in den einteilen war ich immer ein bisschen ein bisschen ruhiger und habe versucht die bespiele ein bisschen ernster zu nehmen aber selbst aus 2019 2020 habe ich videos wo ich mir jetzt denken doch halt halt die fresse was laberst du für eine scheiße ich wahrscheinlich kommt es als zuschauer nicht ganz so schlimm rüber aber die ganz alten sind natürlich super kindisch und schlimm auch bei videos die ein zwei jahre teilweise alten ein zwei jahre nicht so aber zwei drei jahre als sind denke ich mittlerweile das geht doch gar nicht was ist das für ein content also ja ich wünsche teilweise extrem das war tatsächlich schlimmer geworden in den letzten zwei drei jahren wo ich ja noch ein bisschen angezogen habe von der art wie ich die videos machen jetzt natürlich ein bisschen langsamer alles ein bisschen analytischer angehe als vor zwei jahren noch wo ich halt immer noch so 50 50 gemacht habe da war ich so meistens relativ ernst bei den spielen aber ab und so habe ich ja trotzdem dann so ein ball die oder sowas gegrindet ich bin froh dass die zeit vorbei ist und ich finde sehr schön dass viele von euch auch mitbekommen haben dass sich das geändert hat und ich jetzt ehrlicher wirke weil ja natürlich wenn man mit youtube anfängt man muss halt irgendwie die sache ist ich habe ja youtube direkt nach der schule angefangen ich hatte das ziel gehabt dass direkt früher oder später als job machen zu können was natürlich dann indirekten ziemlich den druck gibt wenn man weiß man muss irgendwann damit erfolg haben sonst kann man davon nicht leben muss ich einen anderen job suchen oder sowas deswegen muss ich halt die ersten ein zwei jahre wirklich sehr ekelhaft grinden ich weiß damals fand ich das nicht mehr so schlimm aus heutiger sicht war schon war ich habe das schon sehr das youtube game gespielt und ich kann mir wirklich die videos derzeit nicht mehr wirklich angucken weil es einfach so genau das gegenteil ist von dem was ich halt jetzt sein will und wenn ich jetzt meine alten videos als neuen youtuber sehen würde ich würde mich hassen ich würde mich schrecklich wenn ich würde sagen alter guckt doch nicht so eine scheiße ist ja schlimm naja was soll man machen wenn man man wird älter man man wird erwachsener man findet viele sachen die man damals gemacht hat cringe aber ist ja irgendwie auch ganz schön wenn man seine alten sein altes ich nicht cringe finden würde heißt das ja auch man hätte sich nicht irgendwie weiterentwickelt ich glaube seine seine alte persönlichkeit cringe zu finden ist meistens ein gutes zeichen das ist ein sehr gutes zeichen dass man dass man einsieht dass man damals sachen gemacht hat die man aus heutiger perspektive nicht mehr so cool finden auch irgendwelche jokes also die man früher gemacht und jetzt irgendwie denkt so ach alter dämlicher 18 jähriger idiot aber ja man wird halt erwachsener und man lernt dazu mich schon immer interessiert welches musikgenre du hörst wer denn lieblingskünstler sind freue mich auf eine antwort und vielleicht finde ich neue lieblingskünstlerin vor allem experimentellen kram mittlerweile ich habe irgendwie aktiv fast jedes genre außer jetzt irgendwie pop oder schlager oder sowas durch ich habe in meiner teenagerzeit extrem viel metal gehört so new metal system of a down sachen in der richtung heute und ein bisschen deeper natürlich noch sachen aber sehr sehr viel metal slipknot blablabla so wie jeder 15 jährige outsider gaming nerd metal hat halt danach super viel eigentlich jedes experimentelle und härtere elektrogenre habe ich dann mal durch als dubstep raus kam an sich irgendwie so 14 15 war oder sowas war das natürlich auch super cool der geilste shit überhaupt ich weiß noch damals fand ich immer als das rauskam fand ich skrillex immer sehr cringe weil ich dachte so das ist kein richtiger dubstep das ist bro step und das ist nicht so cool wie der richtige dubstep und jeder ukf release war immer ein richtiges neues highlight ich habe meinen freunden immer jeden neuen song geschickt und so das war schon eine ganz lustige zeit ja dann halt drum and bass dann irgendwie mittlerweile habe ich auch ein bisschen der für elektro super gern gehört also dann bin ich halt irgendwann so kann am experimentellen rap und sowas gekommen death grips fand ich eine zeit lang richtig richtig gut immer noch großartig aber ich kann selten die gleiche sache über lange zeit hören wie bei jeder anderen kunstform finde ich die wiederholung von den gleichen ideen irgendwann sehr langweilig und anstrengend weil es irgendwie kein kein neues gehirn futter ist es sind einfach nur berieselung und dann fängt es dann irgendwann an mich ein bisschen zu langweilen deswegen mag ich mittlerweile wie gesagt ich meine musik sehr post rock mag ich sehr ich habe aktuell ist eine meiner lieblings bands oder künstler ich weiß nicht wie man es in dem fall dann beschreiben soll gott speed you black emperor die haben geniale großartige alben gemacht aber das halt so musik die hört man sich dann halt ein zwei stunden lang aktiv nur die musik an und nicht im hintergrund sowas hat mehr eine ahnung so eine experimentelle storytelling experience oder sowas ist aber das ist absolut großartig teilweise sonst höre ich keine ahnung benation snares mag ich sehr das ist so breakcore ein bisschen richtung hier nearer state disneyland ein bisschen erwachsener würde ich sagen keine ahnung ist ein bisschen mit klassik gemischt und sowas dann massive attack ist ein all-time favorite wie gesagt alles was so ein bisschen diese industrial post rock experimentelle genre mixing sachen irgendwie geht das koop das koop album von collaboration album von kid kardy und kanye west kids die ghost ist auch großartig weil es auch ein bisschen experimenteller gewesen ist wie gesagt alles was irgendwie neue ideen mit musik hat deswegen ist es schwer jetzt ein paar künstler zu nennen sind oft einfach vereinzelte songs die ich einfach richtig großartig fand dann abgespeichert haben ich könnte jetzt meistens den namen gar nicht mehr wirklich sagen von den meisten leuten dann müsste ich meine spotify playlist gucken aber so richtig aktiv im hintergrund musik hören mache ich mittlerweile relativ selten meistens ist dann so dass mir einfach dann wirklich die zeit nehmen und irgendwie ein neues album was ich cool finde gerade gefunden habe einfach anhöre das dann großartig finde dann kann es sein dass ich mittlerweile in ein zwei wochen fast gar keinen song mehr höre weil ich einfach nur zur berieselung gibt mir das irgendwie nicht mehr so viel wie es mir früher gegeben hat ich weiß früher kann ich mir gar nicht vorstellen irgendwie nicht jeden tag mit fünf stunden einfach musik am laufen zu haben aber es klingt doof aber es ist irgendwann einfach ein bisschen bisschen langweilig geworden weil man hört irgendwann auch nicht mehr zu ist einfach nur von hintergrund und bla 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 ich mag es trotzdem noch falls irgendwie wieder rocket league spiele oder sowas und einfach das ernst ein bisschen grinder von hintergrund so ein bisschen musik der ein bisschen hochpusht ist natürlich geil aber ja es muss was cooles neues experimentelles rauskommen was mir gefällt dann höre ich es aktiv aber sonst hat es ein bisschen nachgelassen auf jeden fall ich würde immer noch den zweiten namen interessieren im q&a vor jahren hat es immer gesagt dass mit a anfängen wir raten sollen in dem frete hat es niemand erraten ich glaube es hat niemand erraten jemand 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 dass er vielleicht peinlich ist als ein alter name ist wie alfred oder sowas dann würde es auch nicht verraten nee also ja vielleicht alt aber es ist ein französischer neben name ich habe ich habe dass ich vergesse immer dass ich einen habe das ist wirklich ich vergesse immer dass ich ihn habe bis irgendwer mich darauf ansprechen das ist arnaud aber arnaud halt geschrieben ich bin marcus arnaud aber wie gesagt ich glaube selbst auf manchen persos von mir da manchen sachen steht er nicht mehr drauf ist ich vergesse selbst dass ich ihn überhaupt habe ich habe den noch nie irgendwo jemals gebraucht oder erwähnt ich sehe es ab und zu mal auf irgendwelchen dokumenten oder sowas nicht stimmt ich habe einen zweiten an ich bin mir ehrlich gesagt nicht mehr sicher ob der bei allen offiziellen sachen überhaupt drin ist wahrscheinlich steht er auf meiner geburtsurkunde drauf und auf anderen sachen wurde er nicht übernommen und keine ahnung ich glaube viele offiziellen stellen wissen auch nicht dass ich im zweiten arme aber nun gibt's ja shit das hätte von einem festen format die idee ist mir eingefallen als ein zufälliges spiel aus deiner steam kollektion genommen und gespielt ist das wollte ich lustigerweise genau machen nachdem ich hier das Q&A aufgenommen habe aber könnt ihr ja gucken ob das hier vorher oder später herausgekommen ist aber das fand ich als idee auch ganz lustig das will ich aber nicht als festes format machen weil ich habe einfach nicht das durchsetzungsvermögen oder die durchhaltefähigkeit irgendwie ein format über längere zeit durchzuziehen ist halt wie verstörung noch geschafft und so aber da fand ich es auch schon schrecklich weil oft hatte ich an dem tag wo ich dann hochladen wollte überhaupt keinen bock auf verstören habe ich es einfach schnell zusammen geklatscht und so deswegen will ich eigentlich einfach nur die art von video dann machen wenn ich mich gerade danach fühle und die zweite frage hält es für möglich und sinnvoll eine offizielle kollaboration mit einem entwickler wie wie das zu machen das ist eine rein freundschaftliche sache und es beruht in dem fall einfach aus gegenseitigen respekt und ja und und freude dass halt die andere seite so cool findet was man jeweils macht aber offiziell ich weiß nicht warum ich das tun sollte ich meine wenn du es so meinst dass die entwickler mich dafür bezahlen dass deren spiele spiele warum sollten die das tun wenn ich sowieso spiele es gibt überhaupt keinen sinn und ich finde in dem moment wo man von der anderen seite geld bekommt corrupted das aber auch etwas das verhältnis finde ich will fühlt man sich dann irgendwie dazu gezwungen vielleicht nicht ganz so hart zu was zu sein was man sieht oder ich mag das nicht ich meine klar wenn halt irgendwie jetzt irgendein neues horror game in mir ein bisschen geld bietet und sagt hey kannst du es vielleicht mal anschauen aber bewährt es ganz normal dann ja okay dann vielleicht wenn es dann irgendein horror game ist was ich vielleicht irgendwann später eine toto liste dran hat und die sagen hey kannst vielleicht jetzt machen sowas das wäre okay das finde ich dann auch das bin ich auch voll in ordnung weil es dann einfach ein normales video ist was ich machen wollte aber einfach nur vorgezogen oder halt irgendein spiel ist was ich vielleicht niemals gefunden hätte oder sowas aber es ist halt schwierig weil ich meine die meisten horror games würde ich ja so oder so spielen das heißt warum zur hölle sollten mich dafür bezahlen und ja sonst was könnte sonst eine offizielle kollaboration gemeint sein dass man irgendwie partner voneinander ist oder sowas und gegenseitig werbung macht aber ich meine das machen wir so schon indirekt weil wir einfach befreundet sind deswegen ich habe es lieber so wie es jetzt ist man hat einfach man mag sich einfach gegenseitig man findet das was man gegenseitig macht sehr cool als irgendwie dafür bezahlt zu werden ich werde lieber dann indirekt von youtube dafür bezahlt dass ich halt einfach content für euch machen und nicht von den leuten für die ich vielleicht werbung mache ich will lieber extrem hart weiterhin sein können und sagen können spiel einfach scheiße ist und will ja nicht irgendwie jemals das gefühl bei irgendjemandem erwecken dass ich vielleicht jetzt ein spiel nur cool finde weil ich dafür bezahlt wurde oder sowas lustigerweise glaube ich die meisten horror games für die ich für dich mit placement hatte fand ich nicht mal so gut ich erinnere mich an man of medan ich glaube die haben ein video über copyright strikt oder sowas ich bin mir nicht mehr ich weiß das video ist ein copyright strikt worden ich weiß noch nicht ob es daran liegt dass ich das video dass ihr spiel nicht so nicht gut fand aber ich weiß sie haben es copyright strikt ich finde es nur ein bisschen komisch dass das lustigerweise genau dann passiert ist nachdem ich ein placement mit denen hatte und ich das spiel nicht so gut fand aber vielleicht ist es zufallen vielleicht waren die das gar nicht direkt vielleicht war es irgendwie ein youtube ding aber war nur ein bisschen seltsam angesichts der hier primär auf dem kanal vertreten im videospiel aber auch anderen kunstformen mit denen du dich vermutlich zusätzlich privat auseinandersetzt würde mich interessieren ob es primär der konsum ist der dich fasziniert und zum escapism verhilft oder ob es auch das gestalten und umsetzen eigener gedanken in welcher form auch immer ein ähnliches gefühl geben kann das ist eine sehr coole frage die gefällt mir ich glaube für mich ist die analyse und bewertung von der kunst selbst eine eigene kunstform um meine gedanken zu bestimmten themen zu strukturieren und über meine eigenen emotionen nachzudenken ich glaube für mich ist es einfach eine art von selbsttherapie dass ich halt über über die sachen die ich halt in den spielen sehe und nachdenken kann wörtlich ausdrücken kann und quasi halt wie so ein wie so ein tagebuch für euch hier präsentieren kann weil es ist halt so wie manche leute schreiben mir ihre gedanken auf oder sowas oder für ein tagebuch oder können dadurch hat irgendwie ihre ideen und konzepte ein bisschen strukturieren aber ich finde es halt sehr sehr cool dass halt in diesen games zu machen wo ich es auf der einen seite bewerten kann was mir extrem spaß macht mich damit einfach auseinandersetzen kann was hat großartig ist mich schon ablenkt und hat auch dass ich halt dadurch viele düstere themen und sowas nicht verarbeiten ja es ist auf jeden fall dass ich für mich immer im kopf ist es halt eine form von von kunst das klingt so pretentious aber ihr wisst vielleicht was ich meine dass ich halt meine meine gedanken dadurch irgendwie ausdrücken kann dass ich halt die gedanken von anderen für mich noch mal überdenke und überlege wie es gedacht sein könnte und bla 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 als ob ich halt ein bild übermalen würde oder sowas es ist schwer auszudrücken wir wissen was ich meine also dass das über kunst nachdenken ist für mich die kunst die ich brauche oben meine eigenen meinen eigenen gedanken und so zu strukturieren und halten wie den so ein emotionales outlet zu haben was mir eine große sicherheit gibt irgendwie gedanklich ist also meine ausdruck von kunst es ist ich denke ihr wisst was ich meine ich erkläre es einfach nur 20 mal immer wieder dämlicher und zwar beim ersten mal wahrscheinlich schon verständlich aber über der nächste frage behind the scenes wie nimmst du auf wie wenn die videos geschnitten wie bereit ist du dich darauf vor was macht spaß was weniger bloopers outtakes okay ich nehme gerade diesen screen hier auf mit geforce experience shadow play das ist es hat mein leben verändert ich habe ewigkeiten mit fraps aufgenommen fraps ist einfach ein scheiß programm ist die dateien sind viel zu groß und es frisst super viel power shadow play nimmt direkt von der grafik hat auf das heißt es frisst eigentlich überhaupt keine brauche ich habe noch nie mitbekommen ist es irgendwas langsamer macht ich nehme einfach auf das nimmt mein bildschirm auf egal was es ist fertig gut dateien sind relativ klein qualität ist großartig ich glaube es haben nur rtx grafikkarten aber ich bin mir nicht sicher auf jeden fall hat es meine und es ist großartiges programm ich lieb es auf der anderen seite nämlich die logitech webcam software super altes scheiß programm seit ewigkeiten für meine webcam aufnahmen einfach weil das hier die möglichkeit hat so ein paar filter einzustellen das heißt filter aber halt wo ich einfach den kontrasten so einstellen kann damit es so aussieht wie ich es halt haben will wenn ich ein anderes programm nehmen würde wäre müsste ich da wahrscheinlich super viel umstellen und ich meine sind nur dafür da meinen scheiß webcam aufzunehmen und nimmt auch mein mikrofon sound auf meine desktop aufnahme nimmt auch mein sound auf damit ich halt das super easy einfach beinander legen kann dann eine von beiden spuren löscht damit sie einfach zum gleichen zeitpunkt läuft nicht irgendwie früher drei zwei eins klack machen muss und das dann irgendwie in meinem sony vegas zusammenschneiden muss so kann ich einfach gucken ja okay ich sage bei den stellen genau das gleiche übereinander ziehen eine zur tonspur wegziehen fertig dann habe ich halt direkt alles beides synchronisiert und ja das sind die beiden sachen die hauptsachen dann habe ich halt mein sony vegas das geht einfach öffnen werde wir werden mal gucken was da noch offen ist bin sehr gespannt ich ist das eigentlich 16 ja genau vegas pro 16 benutze ich seit vier jahren oder sowas ich glaube ich habe irgendwann mal geupgradet aber ich weiß nicht warum ich ein anderes nehmen sollte er blablabla irgendwas habe ich gestern geschnitten ja dann ist das aber mein vegas blablabla hier schneide ich halt die sachen je nachdem habe ich schon geschnitten aber das ist ein ungeschnittenes gameplay warum ist da kein video das habe ich schon gelöscht okay aber ja dann schneide ich halt die sachen render die das glaube ich nicht so interessant bist du eigentlich auch aufgeschlossen in anderen kunstformen gegenüber lang kommentar ich bin ein riesiger film fan serien auch aber serien gucke ich mittlerweile irgendwie nicht nicht mehr ganz so oft meistens ist es so dass eine serie wenn ich dann richtig bock darauf habe gucke ich eine komplette serie am stück durch und bin großer fan filme liebe ich ich habe viele filme sind aber mir auch so ein bisschen ein bisschen phasenartig meistens gucke ich dann zwei monate gar keinen film dann gucke ich vier tage am stück irgendwie fünf filme pro tag oder sowas und die ganzen filme auf die ich in den letzten jahren monaten oder so verpasst habe der musik habe ich ja vorhin schon beantwortet andere kunstformen sind meistens so sachen wo ich weiß ich wäre voll drin und ich würde es voll lieben kann mich mit mit gemälden oder sowas zu befassen aber da weiß ich einfach ich habe halt nicht man hat als mensch nicht die zeit um sich jetzt mit mehreren kunstformen richtig lieb zu befassen deswegen ist bei mir halt gaming auf einer riesigen eins dann mache ich ja irgendwie keine ahnung zehn stunden am tag befasse ich mich in irgendeiner form damit nämlich einen kanal analysen gucke selbst verspiele was aufnehmen oder was auch immer oder irgendwas machen mit mit games dann filme nehmen kann ein paar andere stunden davon ein jetzt nicht jeden tag aber entweder gucke ich halt filmen oder gucke mich analysen über filme oder kritiken von filmen oder irgendwelche fink pieces einfach wo leute drüber nachdenken was das bedeuten könnte und sowas dann serien dahinter irgendwo musik ist auch sehr formabhängig wie gesagt habe ich schon gesagt wenn ich irgendwas neues finden was großartig finde dann gucke ich dann oder höre mir halt ein komplettes album stück an und informiere mich danach noch ein bisschen drüber was irgendwas bedeuten könnte was leute gesagt haben blablabla aber ja es ist so die reihenfolge und andere sachen haben dann nicht mehr ganz so viel platz kann theater oder sowas für mich nehmen halt vor allem spiele und filme ein großteil davon ein musik ist dann auf platz drei und danach verschwimmt alles ein bisschen wenn ich irgendwas darüber mitbekommen und sowas kann es mich sehr interessieren aber ich will mich halt lieber richtig 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 lieb mit der sache befassen können als so mehrere sachen so ein bisschen zu machen wird es vielleicht irgendwann mal ein update in der horror game tier das machen man könnte dabei eine custom tier das erstellen mit allen 1 1 stunden plus ein teil an die du hochgeladen hast wenn irgendjemand von euch eine tierlist erstellt mit allen einteilern oder halt so vielen videos wie ihr wollt die die ich gemacht habe und da reinpackt mache ich das sehr 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 gerne aber ich liebe es tierlist zu erstellen ich habe schon mehrmals mit gedanken gespielt habe ich einfach einmal pro woche oder sowas irgendeine scheiße random tierlist über irgendein thema mache was mich zu dem zeitpunkt interessiert hat ich habe vor kurzem auf twitter tierlist zu den bloodborne dark souls 2 und eldenring boss und sowas gepostet ich liebe das einfach ich meine ich bewerte gerne horror games und so bewerte ich natürlich auch andere gerne andere sachen die ich in meinem leben irgendwie mache einfach games generell ich schreibe zu allen games ich spiele immer eine review oder sowas also wenn ihr mir irgendwelche tierlist erstellt mit videos mit spielen die ich gespielt habe mache ich das sehr 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 gerne aber ich glaube ich hätte ehrlich gesagt keine lust irgendwie bildern bilder zu allen spielen die ich gespielt habe rauszusuchen auf irgendeinem website hochzuladen aber wenn irgendwer von euch da bock drauf hat weil ihr unbedingt wollte ich das mache gerne macht das schicken das über twitter oder sowas und dann werde ich davon sofort sehr schnell sehr gerne ein video machen also wenn ihr bock habt macht es sehr gerne mich würde interessieren ob du auch noch horrorfilme schaust über film alles wie eben schon erwähnt liebe ich und ich dachte mir das jetzt vielleicht moment ich öffne mal meine letterbox und lese mal alle fünf von fünf filme vorher die ich da gerankt habe ich habe jetzt angefangen die liste durchzugehen aber es sind irgendwie ein paar hundert filmen deswegen lassen wir den schritten ich gebe euch einfach mal kurz acht film tipps hier die wahrscheinlich die meisten schon gesehen haben aber falls einer von euch einen noch nicht davon gesehen hat alle meiner meinung nach fast perfekte filme absolut großartig sollte man sich anschauen der erste ist eben brugge sehen und sterben heißt ja auf deutsch gott damit ist wirklich einer meiner lieblings film es ist gleichzeitig eine super düstere extrem harte abgefuckte bisschen comedy extrem depressiv es gibt keinen film der gefühlt alle emotionen die man fühlen kann gleichzeitig so großartig darstellt so gute dialoge hat und gleichzeitig verdammt traurig ist und so smart ist fünf von fünf einer meiner absolut lieblings film man kann ich nur empfehlen wer ihn nicht gesehen hat lasst euch nicht von dem beschissenen titelbild hier irgendwie abschrecken oder so was so von irgendwelchen schlechten trailern wirklich vertraut mir großartiger film absolut großartig ich kann ihn jeden tag theoretisch gucken ich werde ihn immer wieder lieben genial black swan habe ich tatsächlich erst vor einem jahr oder so gesehen ich habe den aus irgendeinem grund ewig ignoriert meine meinung nach einer der absolut allerbesten psycho horror filmer psycho thriller psychodramen genial aber ich habe auch eine sehr große schwäche für dieses obsessed artist trope wo es darum geht dass ein künstler für für seine eigene künstler den wahnsinn verfällt und da ist das ein absolutes masterpiece in der richtung also großartiger film auch unbedingt ansehen dankeschön ich weiß viele von euch wissen dass ja aber ich habe ja sehr viele spiele und filme auf meiner haut tätowiert einige davon ich werde noch vielleicht einige von denen wird man vielleicht erkennen andere nicht kann ich irgendwie hier gut zeigen ja so ein bisschen hier ist ein fight club tattoo da ist ein palp-fiction tattoo 2001 odyssey wie heißen auf deutsch 2001 a space odyssey auf jeden fall ist da und auf dem arm sieht man es da das ist die interstellar message die er an seine eigene tochter morse coded am ende des films und auf meinem nacken das ist schwer zu zeigen aber da ist silent hill also und ich habe ein blair witch opfer gaben ding auf der anderen seite von meinem arm von dem film nicht von dem spiel spiel spieler her geht so gut okay weiter whiplash wundervoll absolut wundervoll ich weiß ich habe beim fiction sowas tätowiert habe ich dachte so was die fallklappen bei fiction und sowas muss ich jetzt muss ich hier keinem empfehlen jeder der film am markt wird die schon gesehen haben wenn sie nicht gesehen habt guckt einfach ist ja jetzt ja kein geheimtipp oder sowas das ist ein kleiner geheimtipp within red line kam wie auf deutsch heißt aber dann sollte man auch nicht auf deutsch gucken auf deutsch ist der wirklich scheiße auf deutsch wirkt das wie ein trashiger 90er jahre actionfilm auf englisch wirkt es wie ein gedicht es ist schwer zu erklären aber es wirkt wie ein kunstfilm über natur gemischt mit ein bisschen krieg aber der krieg ist irgendwie die nebensache da ist es geht in dem film um diesen clash von von wunderschönen natur und umgebung und philosophischen monologen und und briefen die irgendwelche soldaten schreiben gemischt mit der brutalität des krieges in der wie gesagt wunderschönen umgebung es ist ein sehr 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 kunstvoller film guckt ihn auf englisch und dann werdet ihr den lieben es sehr langsam es sehr langsam und manche von euch werden vielleicht ein bisschen pretentious finden aber ich fand den wunderschön ich fand den absolut wunderschön da habe ich meiner marm gezeigt und das einer meiner lieblings film von meinem haben geworden wirklich wenn ihr mal irgendwie drei stunden geht der vielleicht nicht so lang oder jetzt irgendwo keine ahnung auf jeden fall wenn ihr mal wirklich lange zeit habt euch richtig auf den film zu konzentrieren und euch voll darauf einzulassen wundervoll ihr seid so hart in der welt drin es ist so schön die ganzen monologe sind so großartig wirklich ich glaube wenn zu dem zeitpunkt nicht auch der soldat james ryan rausgekommen wäre wäre der hier ein bisschen erfolgreicher gewesen aber ich glaube der ist ein bisschen untergang weil es in dem moment dann halt viele andere action kriegsfilme gab die ein bisschen besser waren aber der hier ist der smarteste kriegsfilm würde ich fast sagen ich glaube den hast man entweder man liebt ihn ich liebe ihn deswegen guckt euch den an denn nicht so geheimt aber wird departed ist meiner nach der beste scorsese ich finde den großartig alles daran von anfang bis ende großartiges casting großartige story großartiges ende hart gut ich glaube mein absoluter lieblings gangster film ja ich meine es gibt ich glaube es beruht auch auf einem japanischen originalfilm ich bin mir nicht sicher den habe ich nie gesehen aber ich finde die version schon so großartig vielleicht will ich so genau noch besser finden aber ich glaube viel besser als das geht es für mich nicht wenn es um so einen gangster film geht dann wieder was anderes nur country for old man werden die meisten von euch wahrscheinlich auch kennen wenn es nicht kennt großartig auch einer meiner lieblingsfilme unbedingt ansehen schauspielerisch absolute weltklasse und einer der gruseligsten antagonisten die wahrscheinlich jemals gemacht wurden watch this one dann lange zeit ein absoluter lieblingsfilm gewesen vielleicht immer noch mein lieblingsfilm memento ich will nicht viel drüber sagen guckte ich ihn einfach an ist einer der filme der das feeling von einem traum extrem gut verkörpert und man fühlt sich sehr wie der protagonist der protagonist hat in dem film nur sein kurzzeitgedächtnis er hat kein kurzzeitgedächtnis mehr und muss ich halt sein alle seinen sachen die er sich erinnern will auf seinen körper tätowieren und das fühlt man als zuschauer extrem man fühlt sich genauso verloren wie der charakter weil der film hat auch in der reine folge abgespielt wird wie man selbst nicht wissen kann wann was passiert ist und es ist super verwirrend der lohnt sich auch zweimal anzuschauen weil im zweiten versteht man viel mehr was wann wie genau passiert ist und der twist kommt dann auch ein bisschen besser und alles guckt euch den an wenig darüber wissen sehr gut i love this movie dann zwei moderne filme die man mehr oder weniger als horrorfilm erzählen kann auf der einen seite mit sommer werden die meisten fans von euch auch kennen ist manchmal nach einer der besten modernen horrorfilme auch wenn es halt nicht unbedingt super gruselig ist aber sehr verstörend und sehr kunstvoll und good shit von anfang bis ende kann ich nur empfehlen und dann wahrscheinlich mein absoluter lieblingsmoderner film uncut gems mit ja mit adam sandler der in dem film beweist dass der ein großartiger schauspieler ist ein absolut großartiger schauspieler der film ist von anfang bis ende eine reine panikattacke es gibt wenig film bei denen ich jemals mittendrin mal eine pause machen musste weil er mich einfach so extrem gestresst hat man kann es nicht beschreiben aber der film ist so unfassbar anstrengend anstrengend stressig es geht dir einfach nicht gut während der film guckst und das macht der film so was von großartig ist richtig unangenehm diesen film zu sehen umso weniger ihr wisst umso besser guckt den am besten im originalton ihr werdet schwitzen es ist wirklich es ist der pure horror auf eine andere art es ist im endeffekt kein wirklicher horrorfilm aber es ist wirklich der wirkt als ob ein film einfach eine anxiety attack simulieren will muss er von anfang bis ende richtig gestresst geht nur im zittern bist das richtig anstrengend anzuschauen und das macht er so gut ich glaube es sind mein lieblings film aus den letzten drei vier jahren würde ich sagen gut fucking shit guckt euch den an wenn ihr einen von den film auf der liste als geheimtipp mitnehmen wollte noch nicht gesehen habt dann macht den hier wirklich ich weiß nicht ob es aktuell irgendwo gibt es lange zeit auf netflix vielleicht immer noch aber ich liebe den großartig glaubst du dass die angst die man hat wenn man zu viel über das universum glaubst du dass die angst die man hat wenn man zu viel über das universum nachdenkt auch durch ein spiel eingeflößt werden kann wenn ja zum beispiel hat schon einer gut beantwortet safe soma ja ich meine im endeffekt kann es natürlich fast jedes horrorgame machen das schöne an kunst ist ja dass man jedes stück kunst so interpretieren kann wie man es halt selbst haben will mehr oder weniger und bei horror geht es natürlich sehr sehr gut soma ist ein sehr gutes beispiel weil es viel mit dem menschlichen wesen selbst zu tun hat und was halt leben an sich ausmachen sowas aber ich finde die horror games die das schaffen sind mitunter fast die besten wenn es so ein meter gefühl mit auslöst ich erwähne es ja immer wieder kann um pathologic und rainworld und solche games schaffen ist ja dass sie halt irgendwie ein gefühl was man als mensch im echten leben fühlt in die story selbst mit mit einbauen man kann auch sagen dass dark souls am anfang das oft geschafft hatten mit dem epil war wohl die frustration die negativen gefühl die man als spieler hat teil der erfahrung werden und nachdem man es dann zu ende gebracht hat die story und das erlebnis irgendwie besser gemacht haben und das kann man natürlich auch sehr sehr gut mit solchen ängsten machen die in irgendeiner form ausgelöst werden durch was man im spiel sieht was man im spiel macht auch wenn sich persönlich ist leider ein bisschen enttäuschend finde auto wilds ist ein spiel was das wahrscheinlich sehr 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 gut macht wo man diese extreme angst die man vielleicht haben könnte über die unendlichkeit des universums und des lebens selbst und sowas nachdenken zu müssen hier ist ganz gut verkörpert und dann im endeffekt in eine leicht positive note wandelt auto wilds übrigens ein game was mir glaube ich ein bisschen kaputt gemacht wurde weil ich jahre gespielt habe nachdem leute mir immer wieder gesagt haben was für ein zehn von zehn masterpiece best game of all time das ist ich fand es gut aber ich glaube ich habe da ein bisschen zu viel erwartet da fand ich das gameplay ein bisschen ein bisschen zu repetitiv ich finde es das spiel selbst hat angefangen zu nerven als man an dem punkt ankam wo die story wirklich gut wurde aber es war trotzdem ein sehr gutes spiel ich würde es aber so als 77,5 nennen und ich fand die story im endeffekt leider nicht krass genug als dass es so diese zehn von zehn berechtigen würde aber ich glaube es hat viele münze schon ob man diese art von spiel sehr mag oder nicht so mag ich fand ich fand es ein bisschen zu goofy und es hatte zu wenige zu wenige highlights irgendwie das ende hat sind irgendwie nicht ganz befriedigt das gefühl was ich vielleicht gesucht habe aber ich wollte demnächst sowieso mal ein video machen wo ich vielleicht über die ganzen spieler die ich in der letzten jahren privat gespielt haben so ein bisschen meine steam reviews durchfliege und zu allen spielen vielleicht ein paar worte sagen und welche ihr vielleicht privat mal spielen solltet welche nicht und so weiter und so fort aber davor wollte ich erstmal meine meine eldenring review fertig schreiben weil die habe ich irgendwie schiebe ich seit ewigkeiten vor mir ich fand eldenring übrigens sehr gut aber ich glaube so platz 3 der souls reihe wäre es für mich bloodborne ist 1 dark souls 3 ist 2 und dann wahrscheinlich eldenring gesamt gesehen aber eldenring hat mich tatsächlich ein bisschen enttäuscht obwohl es ein sehr sehr gutes spiel war aber darüber rede ich dann mehr in dem einen video also bei bei den 5 katzen in 5 minuten 5 mäuse fangen wie viele katzen braucht es immer 100 minuten 5 aber eine nette frage war das ok meinung zu twitch ja schwierig eigentlich fand ich streamen war ganz cool aber ich habe mitbekommen dass streamen war nie nie eine sache die über der ich mich wirklich richtig richtig wohl gefühlt habe ich kann so acht stunden einteilen aufnehmen natürlich bin ich danach müde aber habe ich danach gut gefühlt und wenn ich zwei stunden gestreamt habe war ich mal richtig fertig ich weiß nicht streamen ist nie eine sache die ich wirklich vor allem jetzt wirklich passend für meinen content finde ich habe das gefühl wenn ich irgendwie ein spiel aufnehmen oder ein spiel gestreamt habe was eigentlich storytechnisch echt cool war konnte ich dem spiel nicht so wirklich die die aufmerksamkeit schenken die ich dem spiel gerne geben würde und ich meine dann ist ja die frage okay dann kann ich ja vielleicht sachen streamen die vielleicht nicht so nicht so die aufmerksamkeit brauchen aber dann ist es auch nicht mehr wirklich den konnte den ich machen will deswegen ich glaube streamen passt einfach nicht so wirklich zu zu dem content den ich vor dem ich vor habe hier auf dem channel zu bringen und so klar könnte ich dann vielleicht einfach irgendwelche entspannten sachen spielen oder so aber irgendwann vielleicht ich halte es mir gerne offen aber ist jetzt zumindest nicht für die nahe zukunft geplant vielleicht irgendwann wenn ich ohne probleme im stück videos machen kann und ich dann irgendwie in pausen verfalle oder sowas dann kann ich ja vielleicht darüber nachdenken einmal die woche im stream zu machen aber ich will nicht anfangen zu streamen wenn ich sowieso denke dass ich dann in zwei wochen wieder eine pause machen dann hat es sich auch nicht gelungen also irgendwann vielleicht aber dann würde ich mir irgendwas dafür überlegen was ich mache was ich mir vorstellen könnte wäre vielleicht irgend so ein Quatschformat wo ich vielleicht irgendjemand aus der horrorszene ich kenne vier leute in deutschland wo ich halt irgendwie einladen reden wir halt über irgendein thema was mit horror games oder horrorfilmen irgendwas in der richtung oder youtube zu tun hat und einfach so zweiter stunden vielleicht quatscht ein bisschen auf fragen aus dem chat darauf eingeht oder sowas und dann ja sowas in der richtung vielleicht das wird vielleicht ganz gut passen weil es kann man auf nachhinein einfach hochladen aber sonst weiß ich nicht ich will eigentlich gerade eine sehr schöne frage beantworten aber luce verkratzt seit gefühlt 15 minuten an der tür und wird unbedingt wieder hier rein deswegen werde ich mir kurz ein glas energy ein kippen bis der gute sich mal wieder beruhigt hat wie eng ist seine beziehung zu indian entwickeln beziehungsweise eine allgemeine beziehung zu game creators unterschiedlich wie gesagt mit widers bin ich ganz gut bei freunden zusammen hatte ich eine zeitlang recht guten kontakt mittlerweile auch nicht mehr so viel bei den meisten habe ich einfach mal freundlich ein paar worte gewechselt ich habe den maverett entwickler auch geschrieben dass ich dann den kram super fand der sich auch bei uns bedankt dass wir sein spiel so supportet haben das fand er sehr cool äh sonst ja also ich sagte meist nicht in das spiel cool fand oder sowas aber ich bin jetzt nicht super eng mit dem befreundet manche von den schicken wir ab und zu mal irgendwie neues neuen release oder sowas und sagen hey hier ich hab das rausgebracht spielst vielleicht mal irgendwann wenn du willst ich sag hey cool danke mache ich irgendwann machst du nicht meistens weil ich es vergesse aber ja aber ja ich bin generell keine person die sondern nicht gut darin ist kontakt mit irgendjemandem zu pflegen meistens bin ich dann einfach irgendwann inaktiv oder schreiben halt nicht mehr zurück aber mit widers zum beispiel alle paar monate schreiben wir immer wieder recht viel reden über sachen die so passiert sind und sowas ich würde sagen dass meine meine engste freundschaft mit irgendeinem entwickler die restlichen sind meistens einfach eher oberflächlich oder man kennt sich halt und folgt sich gegenseitig aber ich meine ich habe jetzt auch mit anderen kreaturen sehr sehr wenig zu tun ich habe eine horror games gruppe mit brugger schauri und seff aber dies auch oft mal monate so inaktiv und dann so hey hier habt ihr das spiel gespielt und diese ja ist scheiße kannst du skippen ok schade wir haben in letzter zeit nicht mehr so viele gute sachen gemacht also ja ich war auch ein bisschen enttäuscht aber ja da reden wir ab und zu über irgendwelche neuen games die rausgekommen sind und einer sagt hey ich habe das und das gespielt das ist vielleicht was für dich ab die oder hier selbst spiel das ist ganz lustig aber so super nahen kontakt mit auch nicht aber da tauschen wir uns einmal monate alle paar monate mal aus ob irgendwas neues gutes rausgekommen ist oder wie lange im spiel ist und ob sich lohnt das aufzunehmen und ob man das eher für irgendwann später aufheben sollte und so weiter aber sonst habe ich wenig kontakt so wenig engen kontakt mit irgendwelchen entwickler und anderen youtuber und wenig im internationalen bereich schaue ich schaue ja ich habe ich schon keinen einzigen deutschen kanal doch ab und zu schaue ich mal hält der steine sympathischer typ ich finde das großartige konnte immer so nebenbei so alle drei vier monate gucke ich mal so vier von videos von dem am stück und dann war es das auch wieder aber den mag ich der ist lieb sonst guckt glaube ich in deutschland wirklich niemanden im englischsprachigen bereich ich meine horror ich gucke natürlich keine anderen horror channels weil also keine horror let's play oder channels oder sowas weil das wäre schwachsinn würde ich mich ja spoilen da würde ich ja die games vorher mal gucken aber ich lasse mich inspirieren von games die hochladen von cju games weil der ähnliche spiele spielt wie ich meistens und alpha beta gamer weil der spielt sehr oft abstrakte skurrile kurze artsy horror games er spielt nicht nur artsy horror games damit schnell aber der lebt hat einfach unkommentiert irgendwelche in die horrorspiele in die artsy story games und sowas hoch die teilweise ein paar minuten gehen manchmal ein paar stunden und da gucke ich oft mal das heißt oft so einmal die woche gucke ich mal drauf was sie in der letzten woche hochgeladen haben klickt vielleicht ein bisschen durch gucke auf den thumbnails nach ob irgendwas vielleicht irgendwie ein bisschen ansprechend für mich ist oder irgendwas die länger hat die ich vielleicht machen will sie sagen ja okay ich brauche einen 15 minuten horror game hier ist eins sieht das gut aus nicht so und gucke ich vom anderen channel dann ja hier das vielleicht da hat einen interessanten look und dann lade ich es halt runter ohne jetzt viel über spiel gesehen zu haben aber das ist meistens das meiste was so horror gaming channels angeht was ich sehr 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 oft mache ist immer wenn ich privat oder auf dem channel längeres spiel durchspiele gucke ich mir danach gerne mehrere kritiken und analysen von und so channels an die das sehr sehr detailliert machen also nicht einfach so eine vier minuten IGN ja gutes game 10 von 10 oder irgendwie sowas machen sondern einfach so ein drei stunden video machen wo sie voll drauf eingehen alles zusammenfassen wie sowas wandeln und sowas das mache ich ganz gerne weil dann kann man in der retrospektive oft lernen wie wie zufrieden man mit seinen eigenen kritischen gedanken zum spiel war oder wo man vielleicht ein bisschen was anders gesehen haben könnte oder was auch immer das hat so ein bisschen sein eigen gedanken noch mal im nachhinein strukturieren kann dann vielleicht für die nächste review der nächste kritik die man halt im spiel macht und auch ein paar mehr gedanken hat mit dem man gefüttert wurde und vielleicht ein paar nette erzählungen dazu erzählen kann oder irgendwelche ja da hat man einfach ein bisschen mehr man hat dafür ein bisschen mehr man hat man halt mehr gelernt und ganz ehrlich einfach zu sagen man lernt natürlich auch von anderen kritikern wie sie sachen sehen und sowas und kann vielleicht deren wissen seine eigenen sachen mit einbauen und das macht sehr viel spaß und zwar was ist was man gerade selbst gespielt hat und am besten ist wenn es irgendwas ist was man selbst großartig fand oder extrem scheiße fand dann kann man gucken okay hatte ich damit recht fanden hier andere leute die gleichen sachen scheiße oder die gleichen sachen gut oder haben die vielleicht irgendwelche sachen großartig gefunden die ich gar nicht gerafft habe und dann lernt man halt immer mehr und ja zu guter letzt wie hat youtube eigentlich dein leben beeinflusst hat es einen impact auf dich in ihr leben gehabt oder nicht natürlich schwer zu sagen weil ich meine ich habe mit youtube angefangen als ich 19 war 19 ich meine ich habe mit youtube selbst angefangen hat vielleicht 15 oder sowas war aber zwar hier der ganze da habe ich ja musik gemacht dann habe ich den eigenen stellen mit meinen freunden gehabt über die über den redet man nicht und ich habe den ganzen call of duty ist ein programm gemacht ziemlich lange zwei drei jahre oder sowas und war da sehr 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 tief drin wollte das eigentlich ursprünglich irgendwie beruflich irgendwann ausbauen aber dann hat sich die ganze szene irgendwie sehr verändert und es irgendwie auseinander gefallen deswegen habe ich dann mir überlegt dass irgendwas anderes auf youtube machen das war halt dann vorgames und hat über über spiele reden und sowas was ja auch sowieso schon immer meine leidenschaft war aber das ist dann halt der logische nächste schritt gewesen und wie es mein leben verändert kann ich natürlich nicht sagen weil ich meine es gibt keine version von mir die erwachsen gewesen ist ohne das gemacht zu haben aber ich glaube tatsächlich Es klingt doof aber auf der einen seite hat es mich eine positive und negative sache hat mich glaube ich eine zeit lang viel depressiver gemacht aber im umkehrschluss Ich glaube sehr schnell viel Erwachsener werden lassen was Mentalität und gedanken sowas angeht weil Ich war einem sehr komischen Punkt wo ich mit Keine Ahnung wann war das 21 22 wo der ganze fnaf kram halt super super gut lief Hatte ich dann halt im endeffekt alle sachen erreicht die ich eigentlich Machen wollte so sachen die ich mit 18 19 vorgestellt habe so jahre mit erfolg mit youtube haben blabla davon leben können cool community Aufbauen und das hatte ich dann als zweite jahre später irgendwie erreicht und welcher schon immer diese Die inneren dämonen hatte die mich halt irgendwie an den viel haben zweifeln lassen und diese gedanken vor sollte haben sowas Hat das nun irgendwie dafür gewirkt dass ich halt schnell der frage sehr okay Jetzt habe ich das alles weil wirklich gut geht es mir immer noch nicht und das war ein Sehr komischer punkt in meinem leben wo ich mir dachte ja Was soll ich denn dann überhaupt noch machen ich meine was bringt das denn alles wenn ich jetzt die sachen erreicht habe auf die ich eigentlich Dachte dass ich mein leben lang darauf hingearbeitet haben mir geht es trotzdem nicht gut Ist das irgendwie komisch und dann musste ich mich damit ein bisschen auseinandersetzen drüber nachdenken Was ist denn dann gibt es überhaupt so was wie ein ziel soll man überhaupt versuchen irgendwas zu erreichen das hat dann schnell dafür gesorgt dass ich dann Viele bei solche philosophischen themen und existenzielle engst und sowas nachgedacht habe und ich glaube dadurch bin ich sehr schnell Viel reifer geworden was sind auch dafür gesorgt hat dass ich meinen content glaube ich umgewandert habe Weil ich glaube dadurch dass ich halt gesehen habt ja okay die ganze kram den ich dachte der mir wichtig wäre so wie youtube erfolg haben und Fanbase aufbauen sowas das bringt das ist scheißegal das bringt überhaupt nichts ich habe zu der zeit habe ich wahrscheinlich auch am meisten verdient aber Whatever ich meine ich hätte schnell gemerkt scheiß drauf ist solange ich irgendwie davon leben kann bin ich zufrieden ich muss jetzt nicht fünfmal so viel haben oder sowas will Glücklicher macht es mich nicht Irgendwie hat es nicht viel gebracht und der konnte nicht da gemacht hat hat mich irgendwie auch nicht erfüllt Und dann habe ich irgendwie schnell darüber nachgedacht ja okay dann mache ich vielleicht einfach lieber das was irgendwie dafür sorgt dass halt mein inneres ich stiller wird Und ich einfach ruhiger werde und einfach besser mit dem leben kann wie es mir geht und so einfach dann Glücklicher den content halt machen kann den ich machen will auch wenn es vielleicht nicht mehr ganz so viele leute anspricht oder vielleicht wird zu viele ansprechen wie ich da und pausen machen würde aber ihr wisst was ich meine dass ich dann hat irgendwie Durch diesen rückschlag glaube ich sehr schnell reifer geworden bin und halt mein content Werte schnell dann gewechselt habe und seitdem ging es mir auch besser würde ich sagen weiß nicht ich bin zumindest Zufriedener damit mir geht es immer noch teilweise einfach shitty aber Ich kann es jetzt mehr akzeptieren ich finde es jetzt okay wenn es mir eine zeit lang nicht so gut geht oder sowas ich wäre vielleicht einfach eine gewöhnung daran also aber Es ist glaube ich ein gesünderer umgang zumindest weil ich etwas habe womit ich mich dann teilweise ablenken kann und dann zufrieden bin wenn ich das halt Aktiv verfolgen kann und mental ein bisschen abgelenkt bin aber ja ich glaube youtube hat Ja da hat mich glaube ich sehr schnell viele sachen einsehen lassen die wirklich Wichtig sind im leben und welche sachen nicht wichtig sind und worauf ich mich fokussieren will Und ich glaube ich habe damit so eine frühe midlife crisis gehabt mit 21 22 oder sowas durch die ich glaube ich dann sehr schnell Mental gereift bin und hat viel über sachen nachgedacht habe die vielleicht andere leute nie bedenken müssen bis sie irgendwann mit 50 irgendwie merken dass sie halt lange den gleichen job machen oder sowas und irgendwie hinterfragen So hey hier was was mache ich überhaupt im leben das hatte ich irgendwie glaube ich sehr früh was komischer weil ich konnte dann logischerweise Na klar ich meine ich hatte sehr sehr gute freunde zum zeitpunkt ich konnte gut mit denen reden aber Jemand hat gerade sein studium anfängt kann natürlich jetzt vielleicht nicht super gut nachvollziehen Und es wirkt dann auch ein bisschen pietätlos wenn ich die frage so hey Ich habe erreicht was ich erreichen will mir geht es nicht so gut und dann denken sich ja du arschloch Ich arbeite im lidl und will ja für mein studium finanzieren Ich kann dein problem nicht wirklich nachvollziehen deswegen war das schwer weil ich mein es gibt halt wenig leute im gleichen alter die ein ähnliches mindset haben und auch mit youtube im gleichen alter irgendwie dann erfolgreich geworden sind die dann irgendwie verstehen konnten was man gefühlt hat aber ja ich glaube das konnte ich halt viel dann anfangen mit der kunst die ich analysiert habe zu verarbeiten und sowas und viel darüber nachzudenken ich glaube ich habe auch gerade viel in den test videos drüber geredet also wenn der mehr mitbekommen wollt guckt vielleicht mal die videos Da gibt es bestimmt ein paar punkte wo ich hier solche sachen angesprochen habe aber ja Ja ich glaube youtube hat einiges verändert aber ich weiß halt nicht wo ich wahrscheinlich welchen irgendeinem anderen kreativen beruf gelandet wenn ich kein youtube gemacht hätte Und vielleicht hätte ich da halt überhaupt kein erfolg gehabt deswegen ist schwer zu sagen ob sind eigentlich abgelaufen wäre aber Ich glaube früher oder später welchen gleichen mentalen entschluss gekommen nur vielleicht nicht so früh Aber ja ich glaube youtube war sehr sehr gut für meinen für meinen mentalen zustand Ich spiele übrigens die ganze zeit während ich quatsche mit Irgendwelchen sachen rum die hier sind und zerquetsche ich in meinen fingern weil ich kann einfach nicht meine finger stillhalten wenn ich über irgendwelche sachen rede die lieb sind Kennt ihr das? Bestimmt kennt ihr das. Ich muss aber nicht ganz irgendwas machen mit meiner hand. Bin sehr unruhig anscheinend Okay das video ist schon viel zu lang deswegen gehen wir einfach ein paar sachen hier einfach ganz quick durch ohne cuts whatever Ähm cry of fear wurde ganz oft gefragt. Ja Mache ich irgendwann Hundertprozentig ich meine das ist sogar Wahrscheinlich kann ich mittlerweile fast warten bis der scheiß remake rauskommt weil ich meine da sollte irgendwie ein remake rauskommen oder sowas aber Ja irgendwann irgendeine form davon werde ich machen ich habe es ja einmal gestreamt ist immer noch eines meiner lieblings story geben So wo ich dann mittlerweile ein bisschen angst habe dass es vielleicht gar nicht so gut gealtert ist wie ich es im kopf habe Glaube aber schon deswegen werden wir spielen ich werde es immer noch gut finden hoffe ich bitte es ist nicht schlecht gealtert Auf gar keinen fall Den gedanken werde ich aber sofort los. Es ist immer noch ein großartiges spiel weiter geht's lindermass 2 ja ist auch geplant irgendwann kommt kommt mit der nächsten folge verstörend Lindermass 2 ist tatsächlich wirklich geplant aber Ich meine ich habe es ja von erzählt hier das ist meine aktuelle videoliste mit sachen die ich demnächst aufnehmen will es sind Einige und ich habe schon viel davon insidiert weil ich dachte ja heute oder morgen mache ich die und das ist halt auch schon Monat her oder sowas ich habe sehr viel geplant was ich unbedingt machen will das problem ist halt dass die meisten sachen davon vier stunden nur länger gehen das heißt ich kann ja nicht jeden tag 4 stunden video geladen oder sowas Was war wieder was mit seff Keine ahnung Es bietet sich glaube ich nicht so viel an weil wir auf komplett unterschiedliche videos mittlerweile machen Und ich glaube die meisten sachen die ich jetzt machen sollte sind eher solo aber falls ich halt irgendwann vielleicht dieses talkformat oder sowas machen sollte dann könnte man gerne mal selbst einladen vielleicht über youtube reden oder irgendwas Wo wir beide gut überreden können auch auch games allgemein oder whatever wie schießt du lgbt blablabla Ich bin sehr sehr links bei den meisten themen also ich bin pro gay pro trans Pro choice alles was ich wahrscheinlich denken könnt ich hoffe halt irgendwie immer dass durch meine videos irgendwie rüberkommt dass Ich halt bei solchen sachen so denke und ich hätte es nicht irgendwie dauernd ansprechen muss weil ich werde mein videos eigentlich über die spiele reden und da ich persönlich Mich wenig mit so themen befassen muss weil ich halt Weißer heterotyp bin der hat einfach jetzt keine ahnung für den zeit einfach kein so großes thema ist hauptchen einfach immer es kommt einfach dann im subtexten so rüber sich für so sachen Voll auf eurer seite bin aber ja ich spreche sie einmal aus also ja ich bin Voll auf deiner seite und supporte dich bei allem was du tun willst willst du shooter games ein versuch geben Ich meine mache ich halt privat die ganze zeit für den channel passt das halt nicht so ich habe sowas wie das gespielt Auf welches projekt auf dem kanal bist du am stolzesten wahrscheinlich mabert Wahrscheinlich hätte ich früher sowas gesagt wie das lsd dream emulator video aber mittlerweile ist auch nicht mehr so gut gemacht ich habe so schenk ein bisschen besser Besser machen mit mehr aufwand noch oder so obwohl das schon ziemlich viel aufwand war aber ich glaube mabert finde ich verkörpert das sind den channel mittlerweile Schon am besten was ich machen will wie ich denke welche spiele ich mache wenn ich irgendjemand ein video schicken müsste um zu zeigen Um das geht sie auf dem kanal würde ich wahrscheinlich das mabert ding machen weil es wahrscheinlich gleichzeitig auch leute weckel Die ich gar nicht auf meinem kanal haben will weil es sehr lang ist sehr langsam sehr analytisch bla 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 Glaubst du dass noch mehr aus horror kritiken lernen kannst viel mehr ich finde mit jedem video was man in der richtung guckt und mit jeder Kritik und analyse von anderen leuten lernt man immer ein bisschen mehr Ist ja das ist eine sache die niemals aufhört wo man Zu lernen kann mit dem spiel was ich spiele mit jeder analyse die ich gucken die eben video was ich über sowas gucke habe ich das gefühl dass ich mein Repertoire ein bisschen Erweitere und deswegen mache ich das auch so gerne und freue mich über jedes spiel was ich abschließen kann auch wenn es total scheiße war ich finde mit jeder sache die man hat irgendwie mit jeder kunstform die man Konsumiert lernt man ein bisschen mehr darüber solange man mit einem mit einem offenen blick auf die sachen drauf geht und versucht die halt mit einem analytischen blick zu betrachten Finde ich lernt man von allem ein bisschen mehr man lernt auch von leben mehr also auch wenn ich irgendwie eine richtig depressive Phase hat habe ich gefühlt ist danach mehr gelernt habe und mehr über welche sachen die reden kann die in spielen passieren sowas also ich glaube das einfach generell erfahrung aber man kann natürlich diese erfahrung Verschneller indem man sich mit sachen befasst die halt viel damit zu tun haben worüber man mehr lernen will Bist du halb das neue witcher Also ich liebe liebe Witcher 1 2 und 3 ist eine meiner absoluten lieblings spiele rein aber ich finde nicht dass da noch irgendetwas kommen müsste Ich finde wirklich 1 2 und 3 ist so eine großartige welt und so eine großartige story die einfach abgeschlossen wird und die so schön in so einem fertigen paket zu konsumieren ist für 200 oder 300 stunden die man einfach da reinstecken kann alle games zusammen Ich bin nicht gehypt nee also ich werde spielen wenn es rauskommt aber Ich hätte es auch voll okay gefunden wenn kein neues switcher mehr rauskommt muss echt nicht sein das hat es glaube ich nicht gebraucht vielleicht machen was großartiges draus aber ich habe es nicht gebraucht muss sagen Ich meine es hat ja nicht so mit gira zu tun ich meine es ist eine neue story Ich weiß nicht ob schon gesagt wurde mit wem oder was aber ich meine es hat eine neue story in der witcher welt aber I don't know hätte ich nicht gebraucht Okay was ist mit eurer faszination mit diesem komischen spiel lunacy sand roads ich werde wann habe ich das ich gucke wann habe ich das hochgeladen Wann wird es gewesen sein vor fünf jahren vor fünf jahren Ich habe es auf fünf jahren hochgeladen seitdem werde ich trotzdem Mindestens einmal pro woche gefragt ob ich jetzt noch mal lunacy sand road spielen kann ob ich das immer noch so gruselig finden wie damals Ich glaube ich mache das ich glaube ich spiele das jetzt die tage weil ich einfach nur wissen will was mit was in diesem spiel So toll war ich finde das ist eines der wenigen spiele wo ich wirklich jede woche seit fünf jahren gefragt werde Hey spielst du das noch mal das war irgendein scheiß in die random game was 20 minuten ging was euch irgendwie so fasziniert hat dass sie Umgeber sehen wird wie ich darauf reagiere ich mache es okay ich mache es wahrscheinlich ist es nicht mehr spannend aber ich mache es Fällt es dir schwer mit einem gesprächspartner je nachdem bekannter oder fremder augenkontakt zu halten Augenkontakt selbst nicht so unbedingt aber ich finde glaube ich allgemein einfach Soziale kontakt oder halt einfach nähe zu menschen die ich jetzt nicht super gut kenne mit denen ich mich wirklich sehr wohl fühle wie kamen meine eltern oder irgendwelche freunde die ich seit 15 jahren kenne oder jody oder sowas Ich finde es einfach sehr schnell sehr anstrengend einfach in der nähe von anderen leuten zu sein mit den gespräche zu haben und sowas Also ich fühle mich dann einfach sehr schnell Eingeengt das ist und ich will dann einfach relativ schnell weg und wieder ruhe haben Aber ich glaube in der zeit wo ich es wo ich dann mache finde ich es nicht Schwer so zu wirken als ob es nicht so wäre ich glaube ich kann gut schauspielern dass es mir nicht schwer fällt Und kann er auch dann für ein paar stunden Smalltalken oder sowas sind sein muss und halt mit irgendwelchen leuten Quatschen und dann da irgendwie wirken als ob es voll cool für mich wäre aber innerlich Saugt das schon relativ schnell meine batterie aus ich denke okay kann ich einfach mit pc gehen und irgendwie keine ahnung Dark Souls spielen oder sowas oder irgendwie ein video aufnehmen Ich finde das bei den meisten leuten sehr anstrengend ich habe da habe ich auch ein bisschen Ich habe die energie im lauf also umso älter ich geworden bin umso mehr habe ich die energie verloren Bei gesprächen dabei zu sein und mit leuten kontakt zu haben die ich einfach anstrengend finde sondern meine Meine grenze ist glaube ich viel 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 geringer geworden wenn ich irgendwie von einer person Wenn ich mir denke ey die ist echt anstrengend die person dann wirklich nach zwei drei minuten denke ich mir echt Ich muss hier weg mit richtigen fight oder flight Instinkt und denke mir okay entweder muss jetzt irgendwie hier weggehen oder irgendwie eine ausrede finden warum du weg kannst oder Sonst kann ich irgendwann nicht mehr weiter schauspielern dass das gerade nicht echt anstrengend finden deswegen Ach ja also ich finde die meisten interaktionen schnell Anstrengend aber ich kann es recht gut schauspielen dass es nicht so ist wie gesagt Okay es gibt noch mehrere fragen zu meinem abschluss und Was für ein grad ich in englisch hatte a1 b1 zählt ich habe keine ahnung was das bedeutet Vielleicht ist das österreichisches oder unsere schule wollen wir anders ich habe keine ahnung aber ich habe mich irgendwie durchs Abi gezwängt wir hatten damals sogar noch die acht das heißt wir haben abi in einem jahr schneller gemacht als Ich glaube ich war die einzige fucking generation und der einzige jahrgang der es hatte Ich habe mir sehr schnell wieder abgeführt ich habe jetzt wird abitur wieder neun jahren gemacht Und bei uns war nach der neunten klasse direkt oberstufe und ich habe mich da irgendwie durchgezwängt obwohl ich ab der Ich habe hier ab der siebten klasse um ehrlich zu sein nicht einmal hausaufgaben gemacht Abgesehen von ein paar Ein paar special sachen wenn ich ein plakat vorbereiten musste ein aufsatz irgendwas in der richtung aber ich habe In vielen fächern ab der siebten achten klasse irgendwann um den dreh so gut wie gar nichts mehr zu hause gemacht Ich habe sehr 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 wenig gelernt ich habe den meisten fächern wie einfach bin ich einfach durchgerutscht irgendwie Ich hatte glaube ich hätte schnell obwohl ich in mathe eigentlich sehr gut war hat einfach gar nichts mehr gelernt in latein auch nicht mehr Da konnte ich irgendwann die formeln nicht mehr und so was und habe dann immer die sachen irgendwie ausgeglichen mit fächern wo man Nicht viel für lernen musste wie klar Die man sich halt logisch erschließen konnte irgendwelche sachen und einfach wie wie politik und wirtschaft also sagen wo man einfach Inhalt der sachen die man im unterricht selbst lernt schlussfolgern kann was richtige sachen sind was falsch ist man einfach logischer drüber nachdenken kann Französisch fand ich schrecklich Ich habe in der oberschufe die schule gewechselt und dann noch mal zwei jahre französisch von null angefangen Nachdem ich schon zwei jahre französisch von der anderen schule hatte und ja wieder bei null angefangen also ich hatte keine ahnung ich hatte zwei jahre französisch und ich habe davon wahrscheinlich 1,7 jahre geschwänzt an manchen tagen bin ich einfach nicht zur schule gegangen weil ich wusste aber Fuck heute habe ich zwei stunden französisch in der dritten und vierten also konnte ich nicht mal später zur schule gehen oder früher nach hause gehen oder sowas Oder ich bin einfach dann nach der sechsten stunde nach hause gegangen mit der achten und neunten französisch hatten weil ich mir dachte Na dann hatte ich halt im französisch immer eine fünf oder so und habe das mit anderen fächern ausgeglichen bla 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 Englisch habe ich auch so gut wie nie gelernt aber das habe ich einfach Indirekt durchs internet und spiele und sachen der richtung Mir selbst beigebracht schätze ich ich meine ich habe relativ früh angefangen mit 13 oder 14 nur englische videos zu gucken und nur englischen content zu konsumieren Ich meine klar serienfilme und sowas habe ich noch auf deutsch gespielt und spiele auch zum gespielt geguckt und spiele auch zum großteil auf deutsch aber Da bin ich dann auch irgendwann rüber gewechselt auf englisch und das meiste habe ich mir dann einfach selbst beigebracht ich hatte noch einen englisch leistungskurs und alles bla 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 aber ich habe auch immer noch sehr wenig ahnung von so wenn man mich nach grammatischen regeln im englischen fragen würde ich könnte nicht sagen wie irgendwelche wie irgendwelche vergangenheitsformen überhaupt heißen ich habe keine ahnung ich mache es einfach nach gefühlen meistens ist es richtig oder vielleicht nicht richtig keine ahnung aber Ich wiederhole halt einfach mehr die sachen die ich ich habe einfach die sachen wiederholt die ich hatten englischen videos und englischen content mitbekommen habe Und irgendwann hat man einfach ein gefühl dafür irgendwann weiß man okay das klingt falsch das klingt richtig Vielleicht kann man es auch so formulieren mal gucken dann machen wir uns ein bisschen anders naja so klingt es richtig so sieht gut aus also Ich glaube mein mein schul englisch wäre nicht mal so gut wahrscheinlich Würden mir da irgendwelche regeln sowas fehlen von denen ich noch nie in meinem leben gehört habe weil ich einfach nichts aufgepasst habe oder so aber Ich glaube so mein praktisches englisch mein vokabular vor allem in games und sowas ist deswegen sehr gut weil ich einfach mich extrem viel damit befasst habe Zumindest kriege ich relativ oft nur euch komplimente deswegen aber ich habe keine ahnung ich habe das gefühlt dass ich manchmal super langsam übersetze aber anscheinend ist im vergleich zu anderen channels ziemlich gut aber Wie gesagt ich 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 mache es halt ich das muss man lustigerweise ziemlich lange üben das ist super anstrengend so einen englischen text zu lesen den währenddessen sinnvoll zu verstehen danach Sinnvoll wieder zu geben ohne dass man kompletten schwachsinn redet ist teilweise richtig 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 anstrengend an manchen tagen fühle ich mich doch echt nicht fit für Es ist wirklich wirklich eine anstrengendsten sachen beim aufnehmen wenn dann so ein super langer text da ist bei dem man meistens vorher nicht weiß ob er irgendwie nach 30 sekunden schon weg ist dann muss man den super schnell überfliegen inhaltlich verstehen und dann irgendwie manchmal versteht man wort nicht hat keine ahnung was das bedeuten im kontext Er muss uns irgendwie erraten oder im kontext irgendwie erschließen bla 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 an manchen tagen keine chance da muss ich dann ein bisschen improvisieren einfach durchlesen und hoffen dass sie im nachhinein die story zusammenfassen kann oder so aber ja es ist irgendwie so ein gefühls ding ich versuche meistens einfach den den kontext zu erschließen und zusammenzufassen und im nachhinein was gut klingendes im deutschen zu besetzen ich habe meistens ein viel größeres problem damit die deutschen worte für die englischen sachen zu finden also meistens verstehe ich problemlos was da steht und ich könnte euch halt ich fühle welche message der text rüberbringen will und was es für eine aussage ist aber es ist viel 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 schwerer diese aussage und diese message dann in deutsche sätze zu packen als einfach nur für mich selbst zu verstehen okay die person fühlt keine ahnung fühlt sich schuldig weil sie getan hat xy zu der person aus der vergangenheit und ihre schuldgefühle haben sich manifestiert und da steht da vielleicht in einem komplexen englischen text und erklärt die story und das fühle ich direkt und denke mir okay ich habe die story verstanden aber das dann halt sinnvoll mit möglichst präzisen vokabular ins deutsche zu besetzen und euch dann gleichzeitig vorzulesen das ist meistens das viel schwerere also das verstehen ist absolut kein problem aber schnell zu übersetzen ist ich hasse es man muss es echt ein bisschen üben und ich fühle mich immer noch nicht wirklich sicher dabei ich glaube da ist tatsächlich eher das problem ist wahrscheinlich eher an englisches vokabular gewöhnt bin als an deutsches ich glaube mir fehlen einfach oft die deutschen worte die die ich bräuchte um das gut rüberzubringen als das englische wahrscheinlich weil ich halt wie gesagt so gut wie gar keinen deutschen content konsumiere und vor allem so klassische gaming-wörter ein gutes beispiel finde ich immer ist crowbar ich muss jedes mal jedes mal bei crowbar sogar jetzt muss bei crowbar immer nachdenken was ach brecheisen genau weil ich kürze crowbar ich meine ich sehe den gegenstand ist eine crowbar klar man kennt es half life bla bla aber ich mein brecheisen ich habe wahrscheinlich jeden noch nie in meinem leben noch nie in meinem leben außerhalb von irgendeinem game oder sowas weil ich sehr gelesen habe brecheisen gesagt das sind so wörter ja kindes crew driver ist auch so ein wort ich mein karl hier schraubendreher genau so sachen ja ich wie oft habe ich in meinem leben schraubendreher oder brecheisen oder sowas gesagt oder maintenance room ist auch so ein wort was so oft in irgendwelchen spielen vorkommen die hatte hier der halt ne der der mal der raum wo man hier die maschinen und so ist halt drin weiß man ja hier es fällt mir nicht in deutschland aber ihr wisst was ich meine es gibt auch viele begriffe die man so oft in der anderen sprache mitbekommt aber in der eigenen sprache einfach außerhalb von von games oder sowas niemals für irgendwas brauche außer man macht halt irgendwas in der richtung wenn wahrscheinlich werden viele handwerker von euch denken du arschblock schraubendreher sag ich jeden tag aber nee nie wirklich nie nie ganz ganz selten man sagt ich auch so hier ich brauche das hier für schrauben dann bringt mir das halt jemand oder so dann hol ich es aus der tüte oder was auch immer aber wie gesagt oft fehlen einfach die deutschen wörter weil ich die im deutschen vokabular einfach noch nie gebraucht habe oder einfach nur brauche weil ich drüber nachdenke wie es im deutschen wort leistet jody ist ja vegan bist du es auch oder ist du zumindest vegetarisch ich bin seit zwei jahren oder so vegetarisch und vorhin hat auch jemand gefragt wie ich das alles sehe und so so blablabla ich ich für mich sehe ich so keine ahnung umso mehr man auf sowas verzichten kann umso besser natürlich wegen umwelt und tier und blablabla mir ist es aber relativ egal wie das andere leute da machen oder ich für mich selbst bin da zum entschluss gekommen dass ich das einfach moralisch ohne halt auf irgendwas wirklich verzichten zu müssen aber ich habe auch vorher jetzt nicht wirklich viel fleisch gegessen ich meine ich habe gern burger oder sowas gegessen aber ich meine es gibt bei den meisten sachen mittlerweile einfach so viele alternativen sowas die einfach genauso gut schmecken und einfach anders schmecken und auch großartig schmecken dass wir einfach denken ja brauche ich nicht ich meine wenn irgendwer oder irgendein lebewesen davon profitiert und der welt dadurch ein bisschen besser geht her und warum nicht nur ich für mich ist es kaum irgendwie Verzicht auf irgendwas und wer deswegen war es für mich jetzt kein großes thema darüber zu switchen und ja denn ich habe irgendwie seit zwei jahren leider eineinhalb jahren und so kein fleisch mehr gegessen ist es fehlt mir kein bisschen es ist kein großes thema und keine große sache aber ich finde es auch sehr anstrengend und peinlich wenn leute damit permanent nerven weil die für mich kommt das auch immer so rüber als ob er ist es geht nur darum dass du dich dadurch wie ein besserer mensch fühlst und es ist ja nervt mich doch nicht es ist ja machst du auch einfach und nervt damit nicht andere leute ist es schön dass du es aber du halte ich doch nicht für was besseres deswegen weil dann kommt auch dieses nervige stereotypen ding dass vegetarien vegane immer so anstrengende arschlöcher sind und viele sind es leider auch bei vielen nervt sind jedes mal so hey das ist übrigens vegan falls es nicht wusste ich muss ja ist mir egal das ist mir in ruhe hast du jemand etwas übernatürliches erlebten was hältst du von geisterjägern also generell die ganz übernatürliche schiene ich persönlich glaube an nichts davon und ich war auch sehr 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 lange überzeugt dass es überhaupt keinen sinn ergibt an geist und irgendwas in richtung zu denken ermitteln habe ich noch mal darüber nachgedacht und ich denke mir ja okay so der klassische das klassische image von geist finde ich dämlich und da glaube ich auch überhaupt nicht dran ich glaube eigentlich an fast nichts übernatürliches aber dann denke ich mir halt ich meine es gibt so viele sachen die wir nicht verstehen und wenn man davon ausgeht und tief an diese wissenschaftliche schiene glaubt wie ich es ja auch tue dann muss man ja im endeffekt irgendwann auch an so skurrilere wissenschaftlichere themen glauben die wir eigentlich noch nicht noch nicht ganz verstehen wie keine ahnung vielleicht gibt es verschiedene dimensionen die übereinander gelayert sind und solche sachen halt oder andere welten die vielleicht in irgendeiner form unserer verbunden sind die wir einfach mit unserem intellekt aktuell noch überhaupt nicht verstehen können oder jemals messen können dann kann es ja vielleicht sein dass die sich halt irgendwo an bestimmten punkten vielleicht irgendwie overlappen und sachen die wir als klassische geister sehen würden vielleicht einfach irgendwelche sachen aus anderen dimensionen oder sowas sind dann denke ich mir ja okay das sind themen bei denen kann ich jetzt nicht hundertprozentig überzeugt sagen dass es ergibt überhaupt keinen sinn das kann nicht sein vielleicht kann das sein ich meine wissen es einfach nicht ich glaube nicht dran und ich denke nicht dass es dass es so ist aber ich kann bei sowas dann halt nicht hundertprozentig überzeugt sagen sowas ist absolut unmöglich und es ist kann keine andere dimension geben oder irgendwas in der richtung also an klassisch über natürliche sachen glaube ich gar nicht aber ich kann mir vorstellen dass es wissenschaftlich übernatürliche sachen gibt die wir noch überhaupt nicht verstehen die man vielleicht als klassisch über natürlich sehen würde aber die eigentlich vielleicht irgendeine ganz komische erklärung haben ich meine es gibt so abgefuckte sachen es gibt gottesteilchen verschiedene atome die verschiedenen enden des universums sein können wenn man mit einem interagiert reagiert das andere auch und sowas sind so sachen die eigentlich überhaupt keinen sinn ergeben mit unserem aktuellen wissen also ist sehr schwierig ich glaube es gibt viele sachen die einfach so unfassbar weit weg von unserem verstand sind dass man nicht immer sagen kann man kann als mensch eigentlich nicht überzeugt sagen dass es irgendwas nicht geben kann oder wie ist das schöne zitat ich weiß dass ich nix weiß das beschreibt es eigentlich am besten ich finde man sollte sich als mensch einfach bewusst sein dass wir absolut keine fucking ahnung haben was hier abgeht und wir verstehen den scheißdreck wir verstehen jeden tag ein bisschen mehr aber wir haben absolut keine ahnung wir können nicht nur beim tellerrand rausschauen wir können nicht im tellerrand rausschauen das ist ein teller der im ozean irgendwo schwimmt also wir verstehen nichts und ich glaube das ist eigentlich eine sehr schöne einsicht dass wir nichts wirklich genau wissen können wir wissen nicht warum das leben existiert wir wissen nicht warum hier wir hier da sind wir wissen nicht was in zukunft sein wird wir wissen nicht ob irgendwas ein sinn hat wir sind einfach hier wir sind einfach hier und der long for the ride schön ich finde das ist ein wundervolles ende für dieses video ich habe jetzt zwei stunden aufgenommen ich weiß nicht wie viel ich herauskarten werde hoffentlich einiges mit sich in zwei stunden kühle wird aber gut ich danke euch fürs zusehen können vielleicht noch ein paar fragen oder ein paar bezüge auf die sachen stellen die ich hier beantwortet habe und dann bin ich gespannt darauf was ihr hier zu sagen habt bis dann ich danke noch Untertitelung des ZDF, 2020